Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Trouveling Terrorist Town mit den üblichen Leuten einmal dir Antonia Guten Tag! Der Alex Guten Tag! Wer fähl du? Hallo! Und der Chris wird euch auch Hi! Hi! Hi Junge, ich bin hier 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 Alter, das steht mit euch falsch Ich hab mich so in den Dreck zu ziehen Ich bin der Detective Da Detektor Ja Wie cool ist das denn? Wuuu Ich bleib hier einfach die ganze Folge Angst, no Ami Oh jetzt hab ich ne Slifer und dachte ich gar nicht so hart genutzt Wer ist da hinten? Wer ist wo? Na egal Ist ein Lapper Verlaufend sind so etwa 30 Millionen Mal Antonia Hallo Ich bleib hier einfach die ganze Folge Ich bin hier einfach runtergefallen, super Oh da hat grad jemand auf euch geschossen Ich hab's nur grad nicht gesehen Ich hab auf dich gebet, aber Antonia ist grad runtergefallen Also Alex ist es Antoni Ich bin der Detective Achso Antonia ist den Schacht runtergefallen Warum schießt du auf Antonia? Habe ich nicht Jemand der oben im Schacht ist muss Antonia abgeklärt haben Weil Antonia macht ja in dem Schacht zwischen oben und unten hin und her Hey warum schießt du auf mich? Weil du mal wissen wie du reagierst Wieso komm ich nicht in den Schacht rein? Machst du doch auch immer Chris Warum bist du rounded? Chris Ich hab doch gerade gesagt ich bin die Leiter runtergefallen Jaja Ah man kommt ja hier hoch Ja natürlich kommt man da hoch Und auch wieder runter Ja Kann ich auch wieder sauber aussteigen ohne dass ich sterbe? Ne das ist nicht möglich Das ist aber scheiße Denn du musst jetzt oben raus ne? Ja Tschüss Alter Also es ist der schon mal Okay Moment ich guck eben nach Ach ne Chris Alter Also es ist Chris okay Ist das der letzte? Ne ne Ach ne Ach ne Ich kann noch zwei Ich hätte das gerade wechseln machen können die ganze Zeit Ich hab natürlich noch nen Begleiter Was denkst du denn? Aber meinst du ich sag dir wer das ist? Äh Nur weil jetzt Pause ist für jemanden ne? Alter Ich weiß noch da Ja Wie kommt man denn hier wieder runter? Ich will runter Ach scheiße Ich hab keinen nicht mehr genug Freund Ich fühl mich so beobachtet Scheiße Ich hab nur ne Sniper ist jetzt voll scheiße Alter Ich seh den nie woher kommt What the fuck Ich hab die ganze Zeit Angst irgendwo runter zu fallen Weil dann bin ich sonst im Boot Verarschen Ich hab doch gerade in den Zoo raus reingeguckt Warum hab ich da nen Damage gekriegt? Oder hat der da schon reingesnipet? Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht mehr Hallo? Ja Warum bist du so ruhig? Ich komme ja wenn du mich von irgendwo getroffen hast Und ich einschätzen konnte woher das war Ich hab dich getroffen? Wie kommst du denn da auf? Jaja Kann doch jemand anders gewesen sein Nein! Ja das war geil Chris du Ich dachte man könnte auf diesen Rand drauf springen Aber man fällt da einfach durch Aber man fällt da einfach durch Das ist nur ne Textur Warst du auf den Rand? Der Rand hier? Nee, nicht hier neben der Tür Dachte ich man könnte oben über die Deko laufen Kann man auch Okay das bin ich scheiße Ich geb Veldo mit der AWP ein Headshot Das passiert gar nichts Ja wer ist das denn? What the fuck? Wer ist das? Veldo ich hab dir ein Hating ergeben Hat das nicht gejuckt Der ging sogar Ey ich hatte Schaden genommen Das weiß ich Also Schaden hab ich genommen Und nur nicht tödlichen Das war ne AWP In meiner Welt sterben müssen Ich weiß Ich hab dich auch mit AWP Ich weiß nur dass ich überlebt hab Weil du halt n Hacker bist Deswegen Ja klar Ich kenn mich auch so super aus mit Rechnern Dann ist man sich an den Palmach ist aufnehmen Und ein paar noch gucken Nö die hab ich auf dem Handy Ist auch ne Möglichkeit Ja das wär mir zu klein Da kann man sich einer Frau nicht mal genießen In diesem Sinne nochmal Eine Frau kann nicht Boah Alter was Die Folge kriegt so unter dem falschen Stern So Ey ich bin schon wieder diese scheiße Treppe runter Diese Leiter runter gefallen Wer mich hier findet und dahin kommt Der wird von mir irgendein weggebrotzt Und zwar gnadenlos Jo und auf einmal hast du dann Innozent der aus dass ihn dahin gelaufen ist Ich auch Wer ist denn da? Wer ist denn da? Schratz dich weg ist mir scheißegal Hallo 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 Genau Schieß auf mich Schieß doch Wie ich immer Pech hab In der Situation Wie ich immer Pech hab in der Situation Boah Alter Du bist n Arsch Wieso? Ja ich auch ne ich spring grad auf den Pierre zu So zum Vertrauen gewinnen Und in der Zeit schießt Felder auf mich Ja ich hab einfach bald weggeratzt Der meinte doch er schießt auf alle die sich bewegen Er hat nicht geschossen Das ist kein Eck was man nicht finden könnte wenn man normal rumläuft Ja deswegen hab ich ihn drauf geschossen Da bin ich ja getötet deswegen War das nicht fair Er legt mich nochmal an Er ist doch nicht fair Er legt mich mal an Er legt mich mal an Er legt mich mal an Wer ist denn So Wer ist hier? Ich tue dir als Fall nur egal egal wer Wer ist hier? Er ist hier Ein bisschen rassistisch ne? Oh ich hab den Doktor erschossen Den Doktor? Der ist n Doktor Ich bin Detector Alter ich bin übergefallen Ich bin innocent Toll Ich bin Inno Oh man als Innozent kann man sich nicht mal ein Radar kaufen das ist ja voll scheiß Hi Chris Also der Failure hätte auf mich schießen können Könnte ich immer noch mach ich aber nicht Ist ja ja langweilig Eben du wartest den richtigen Moment ab ne? Ja Also ich weiß übrigens wo du bist Ist ja voll scheiß Weißt du schon wieder wo ich bin? Sieht an mich dahinter oder was? Das war Chris bestimmt ne? Ja aber ich bin's ja nicht Ich bin der Detective Was ist das Detective? Der Feldo ist glaub ich tot Zumindest ist viel Blut an der Stelle Kommt man hier bei irgendeinem anderen Weg als über diese Röhre hin? Ansonsten will ich mich einfach Hey wo seid ihr denn? Hier, 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 hier Jetzt wird noch gar ein Also alle gestoppt ist nur Traitor am Start und ich Und dann scheiße Vielleicht Tja Wenigstens zwei nur eine Das ist ja schon zweiter Das ist ein Geheimnis Ist mir egal, wer kommt schieß ich halt weg Ja gut Ja gut Nein Hm Lalalala Ja das einzige was ich noch nicht weiß ist halt auf Seiten Da bin ich halt gefickt Ach so steht da könnte eine Bombe sein, wäre auch nicht möglich halt Wie mir das eben gerade einfällt Und wenn ich hier rausgucke, dann bin ich direkt weg Hm Ich fahr halt einfach, vielleicht lieb ich den Luft vielleicht nicht Was sieht da aus? Ahem Scheiße Also anscheinend ist ja eine Bombe hochküren, wo ich sie gar nicht gehört habe, aber halt nicht funktioniert Ah Vielleicht muss das Pär sich jetzt auch die Fingerschmutzig machen und wo kommen Könnt natürlich sein, ne? Oder kann sein, dass das gerade Crash nur wenn du in der zweiten Testest und dann erst die Fingerschmutzig machen willst Okay Okay Alter Mit 2 HP hab ich ihn getötet, das ist nicht geil Ohne Scheiß Ich hab vorher Hitze gekriegt, bevor ich dich noch gesehen habe Ja der wusste auch wo du bist Ja ist doch scheiß egal trotzdem, was ist das für verpacktes Scheiß hier Du kannst, du kannst durch die Textur durchschießen Ey, ihr wart noch nicht mal über mir Und bei mir war ich oben und hab jetzt lange schon, als ich oben war Ja ja, du hast doch direkt auf den Lauf geschossen Ja das ist anscheinend Time Delay Das ist der Drecksscheiß TTT Bock mehr, ey Du kannst so auf den Piss, alles ist hier zeitverzögert Ich hab bei mir überhaupt nicht Geh mal aus dem Spectator-Modus raus Antonio, du hast bei mir einen Ping von über 200 Cool Ne, 184 Ich glaub ich bin einfach mit dem besten Ping Irgendwie einfach hab ich... Ja okay, dass ich einen 30er Ping hab, ist normal Weil, wie gesagt... Ich hab jetzt auch... Es ist ein 24er Ping und hab nix laufen und das ist auch normal an mir Ich glaub ich bin einfach gefickt, wenn ich den ganzen Ping hab, man Das ist auch geil von nur gewesen Du bist zu früh Theoretisch heißt das ja dann, dass ich quasi das... Den besten, also die beste Sicht hab, weil bei mir müsste das ja dann... Ja das kann doch eben grad ganz ehrlich nicht sein, weißt du, der schießt auf... Ich krieg Schüsse ab, bevor er überhaupt oben ist So, wer ist Detective, wer ist Detective? Ich hab so ein Tonjahr, Antonjahr, Antonjahr Alex! 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 Ich hab so ein Tonjahr, äh... Einfach Tab rücken Ich geh nur um Schwächen, wenn wir sie dann in den Lichter hoch holen können Dann haben wir sich drauf und getötet Ja, das war schon praktisch... Was soll ich machen, wenn ich Hits kriege, bevor ich dich sehe? Ich kann mich auch nicht schießen Es ist einfach Spielepack, was soll ich da machen? Ja, weil wir haben... Ich hab's geschossen, als ich oben war... Ja, aber bei mir habe ich schon Schüsse gekriegt, dann bist du erst einmal vorbeigerutscht nach oben Alex, wir sind Bros, ich bin kein Brater Ich auch nicht Ich hätte dir grad... Ich hätte dir grad jetzt vielleicht auch kein so'n Handy geben können Ey, du kannst doch das provozieren Und du weißt, ich mach das immer, wenn ich Hits zu hab Ich kann noch hören, dass Antonio ist, kann noch hören, dass ihr beide Seiten ist, obwohl dann wir schon tot Ja, ich glaub auch Wir sind alle, wir sind alle Traitor Aber warum ist jetzt Antonio hier noch alleine? Finde ich nicht gut Mhm Er ist alleine Guck mal, hier sind diese komischen Leute, die kann man da raus machen Moment Nein, nicht so Alter, da war ein Schuss, da war ein Schuss, da war ein Schuss Das war ich, man Ja, warum? Weil ich einfach mal in die Grascheibe geschossen habe, ich bin Detective Achso, ja, okay, dann geht's Und dann kann man die da so... Ich hab ja auf keinen Menschen geschossen Oh, mach die mal hier in die Mausefalle Okay, irgendwer hat hier was hochgelassen Und ich war's Und ich hab überlebt, weil... Achso, ich glaub es war doch Pierre Und ich hab's auf jeden Fall überlebt I found the body of... Nein! Fuck! Ah, okay, also ich war... Keine Arbeit, Chris, richtig geil gemacht, aber ey, Scheiße Ich wusste nicht, wer's war, wenn er hochgejagt hat Ich war's Chris hat... Ich hab mich ja nun davon distanziert, also ich wüsste, wer von der Masse da jetzt das Ding in der Hand hat Deswegen wollte ich ja eigentlich mitten in die Masse rein und ihr standet gerade so schön und euch die Puppe angeguckt Boah, Chris, richtig geil gemacht Ich hab einen Schritt zurückgegangen Ich war immer einen Schritt weiter weg als wie der Rest Boah, Chris, richtig geil gemacht, aber wieso muss ich hier jetzt sterben, würde ich runterfallen? Ich hab's nicht Würdest du ihn nur noch ankratzen müssen Ich weiß! Wieso, ich hatte doch immer noch ein bisschen was Also nicht mehr viel, aber... Ich hatte auch noch Punkte, ich hätte mir noch eine Heal Station holen können Fick du dich Ich hab mir noch nichts geholt, aber Chris Ich hab mir noch nichts in der Runde geholt gehabt, ich hab mir noch eine Heal Station holen können, also... Hätte er noch mal von neu anfangen können Ja, vor allem, ich hab nen Jump gemacht, von den Geilen Oh, wenn denn jetzt kommt hier gleich irgendein Detektiv, äh... Einen Traitor, der mit einfach wegfällt Ja, ich auch Ich auch Einen Einen wieder caching ein Detektiv und ich kassier... äh... einen Traitor Oh, da... sorry, sorry Die Erschlüsse sind damit geschossen Sorry Ja, hier wär ich schon wieder gleich erschossen, ey Das ist ja echt nice Ja, ich dachte, das ist ne Silence, ich hab mich verguckt Nein, das ist nicht Sorry Ja, ich sag doch gesagt grad, sorry, so... ich... ich... ich hab grad leider kein... Hier ist der... Chris ist hier... Ja, Chris Antonia war's Ich? Ohne, entschuldige mir auch noch, dass ich auch raufgeschossen hab, ich Okay Chris, Chris, Chris Ja, ja, ich bin mir grad ein bisschen unsicher hier Ja Ja, ich auch Ey, stell dich doch nicht dahin, bist du wahnsinnig Ja Du hast irgendeinen... ich glaub, du bist... Ey, ich will dich verarschen Doch nicht Wer war'n bis jetzt, ja? Wer war's? Chris, du warst wirklich innocent, oder was? Ja, ich war wirklich inno Ich will die Leiter runter schauen Ich will die Leiter runter schauen Ich will einfach die Leiter runter Ja, hallo, ich hab... Er ist runtergefallen und Antonia hab' ich erschossen Ich hab voll auf deinen Kopf gezielt mit der Sniper und das ist nichts passiert Wo bist du denn, Chris? Das ist... Hier, hinter dir Boah, was ne Scheiße Ich hab Schaden genommen, so, ich glaub 20 Ja, super Mit dem ersten Schluss Oh, schade, dass man sich nicht mehr danach umbringen kann Das war völlig scheiße Ich will die Leiter wieder untergehen, wozu ich genau bin Und war einfach durch und bin tot Ja, du auch Ja, du auch Wir haben extra einen Teleport machen Vielleicht ist er nicht so gut Hinten, 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 hinten Da kommt der Alex hier vor mir Ja, immer Chris, ey Ja, immer Chris, ey Ah, Treppe runterge... Leiter runtergefallen, oder? Fässlich? Es geht doch eh noch nicht los Warum kommt ihr jetzt alle auf mich zu? Ach, wir sind eh noch ungefähr Ja Ich dachte, ich frag mal vorher schon mal nach Ja, wir sind schon voll panisch Ich bin nur so Eno Eno, das ist ja voll scheiße Das hab ich mir extra in Sniperbreitschaft gesetzt, wo ich eh verkacken würde Sind wir hier aber Eno? Weißt du noch, ob der Tec... Okay Scheiße Ach, irgendwie ist das... Ich hab schon hier noch nie eine Schocker gemacht, ey Ja Ja, laut dem Geräusch nicht ganz böller, fahrt Chris eine Chris Ja, bitte Alter, was war denn das eben grad? Ja, ich weiß nicht, irgendjemand hat irgendwas runtergeschmissen Okay, Antonia? Mikrofon vom Tisch geschmissen, also Antonia? Kann ja passieren, also meins war's nicht Also wer immer aggressiv, äh, arbeitet, ist eigentlich der Pierre Oder ich, ich schreie auch gerne mal, wo ich schreie aber Ja, aber du lebst ja, du redest ja Ja, ich bin auch gerade ganz entspannt Antonia, hallo Antonia? Antonia war sogar Detektiv in das Tod anscheinend Ja? Antonia war Detektiv, ja Wurde noch gar keiner confirmte Wurde noch gar keiner confirmte Und ich... Und ich war irgendwie ein bisschen doof beim Schießen Ach, komm Ich bin erschossen eigentlich grad Also einer von euch beiden muss ja Traitor sein Eigentlich beide rein theoretisch, oder? Einer der Traitor ist grad sch... Weil ich weiß, dass ich irno bin Schön, dass du das wenigstens selber weißt Wäre unpraktisch, wenn nicht wahr Also, also manche, manche Dinge sind hier ziemlich doof in der Map Aber wir haben heute an jeder Map was auszusetzen Ich finde die Map immer noch toll Ja, aber wenn du einmal an so einem Punkt bist, wo du nicht wegkommst, ist immer doof Also ich hab eigentlich grads rausgefunden, wie man zu jedem Punkt hinkommt Und wie man von jedem Punkt wegkommt, also ich hab kein Problem Also ich bin echt hier problemfrei in der Map unterwegs Das ist einer der wenigen Wo seid ihr überhaupt? Jemand hat mir erst eines auf mich geschossen, da ist jemand Ich weiß nicht, wer einer von euch beiden Weißte, ich kann nix machen Ja, und gewonnen Gut gemacht, yay Entschuldigung Pierre, dass du dich so aufregen musstest Hallo und ich hab die ganze Zeit deiner mitbekommen Irgendwie hat's keiner mitbekommen Ich hab mir fast gedacht, dass beide Traitor sind, aber ich konnt's halt nicht Ich hab's die ganze Zeit geschrien Ich konnt's halt nicht wissen So, das war's auf jeden Fall In diesem schönen, pinken Kinderzimmer Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao, ciao Tschüss